1. April 1995. Köln feiert eine Premiere. Den Torschützen Polster kennen und lieben sie schon. Aber dessen neue Form zu jubeln, noch nicht. Ich wusste das auch nicht, dass ich so gut tanzen kann. Was dazu geführt hat? Eine 90-minütige Gala-Vorstellung des Österreichers. Mit der Vorlage zum Führungstreffer geht es los. Pablo Thiam hat das erste Tor geschossen nach Vorarbeit von mir. Ein wunderschöner Schuss genau unter die Latte. Für die erneute Führung zum 2-1 sorgt er dann selbst. Die Bayern-Abwehr einfach ausgetanzt. Bayern schlägt man nicht so oft in einer Karriere. Und dann auch mit seinem Markenzeichen, dem Doppelpack. Polsters 2. Treffer macht den 3-1-Sieg perfekt. Und das gegen den Rekordmeister. Da steppt nicht nur der Bär im Stadion, sondern plötzlich auch der Toni. Das war eine Mischung aus Walzer, Limbo. Lampada und vielleicht ein bisschen Cha-Cha-Cha. Not bad, eh? I like it.